Montags ist Frühstückstag. Um die 15 Bürger kommen dann regelmäßig in das Quartierbüro in der Ludwigshafener Gartenstadt. Hier sitzen sie zusammen, sprechen darüber, was gut läuft im Viertel und wo der Schuh drückt. Dahinter steckt, man sieht es kaum, die SPD. Als SPD vor Ort ist es, diese Anlaufstelle hier in der Gartenstadt zu haben, ist unwahrscheinlich wichtig für uns. Sie sehen es ja, wie viele Menschen heute hier sind. Das ist tatsächlich für uns nicht so vorstellbar gewesen. Dabei ist der Standort, übrigens in einer ehemaligen Schlecker-Fiale, kein Zufall. Ursprünglich war die Gartenstadt eine SPD-Hochburg. Noch vor ein paar Jahrzehnten konnten sich die Genossen hier auf bis zu 60 Prozent der Stimmen verlassen. Heute hat das Viertel so manches soziale Problem. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Armut, Kinderarmut ist hier ein Thema mit der Folge der Politikenthaltungen oder auch politischen Entscheidungen bei vermeintlichen Helfern. Wie der AfD. Die hat hier bei der letzten Bundestagswahl 18,9 Prozent der Stimmen bekommen. Nur knapp zehn Prozent weniger als die SPD. Doch das soll sich durch das Quartierbüro jetzt ändern. Bürgernähe ist immer gut und AfD ist nicht bürgernah. AfD ist weit weg von den Bürgern. Unsere Politikerinnen und Politiker im ganzen Land sind bemüht, nah bei den Menschen, nah bei den Bürgern zu sein. Ja, ich denke, man kann das eine oder andere Positive erreichen und die AfD zurückdrängen. Und dies soll auch durch Bildung passieren. Wir bieten Vorträge an, Veranstaltungen und auch Ferienprogramme. Also im Grunde ein Komplettprogramm. Das Quartierbüro will in der Gartenstadt aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und damit ihre Stammwähler wieder für sich gewinnen. Ein Pilotprojekt der rheinland-pfälzischen SPD. Wir sind so froh, wieder den Kontakt zu den Menschen zu haben. Wir werden das annehmen. Das ist auch ein Anspruch an uns, das weiterzuführen. Das Ziel ist also klar. Mit Bürgernähe, gegen Politikverdrossenheit und gegen Rechtspopulismus vorgehen. Keine leichte Aufgabe. Aber das Quartierbüro in Ludwigshafen soll ein Anfang sein. Bis zum nächsten Mal. Jane